Das ist doch voll lame, ich weiß gar nicht. Wenn wenigstens die anderen Songs noch frei werden, dann hätte ich noch viel mehr Spaß dabei. Oder zumindest eine Videoaufnahme. Dann wäre das auch noch sehr gut. Aber nur drei Songs, Mann. Nur drei Songs. Das ist doch voll lame. Aber egal. Ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Mann, ey. Das sind immer nur drei Songs. Das ist doch voll lame. Ich weiß gar nicht. Wenn wenigstens die anderen Songs noch frei werden, dann hätte ich noch viel mehr Spaß dabei. Oder zumindest eine Videoaufnahme. Dann wäre das auch noch sehr gut. Das sind immer nur drei Songs, Mann. Das sind immer nur drei Songs. Das ist doch voll lame. Ich liebe dich trotzdem. Ich weiß gar nicht. Wenn wenigstens die anderen Songs noch frei werden, dann hätte ich noch viel mehr Spaß dabei. Oder zumindest eine Videoaufnahme. Dann wäre das auch noch sehr cool. Aber nur drei Songs, Mann. Aber nur drei Songs, Mann. Nur drei Songs. Das ist doch voll lame. Aber egal. Ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Ich liebe dich trotzdem. Auch wenn du. Auch wenn da nur drei Songs drauf sind. Liebe dich trotzdem. Ich liebe dich. Liebe dich. Auch du dich. Und sonst niemand anders. Auch du dich. Und sonst niemand anders. Das sind immer nur drei Songs. Das war unser Musikvideo. Wir hatten mal richtig Bock drauf. Wirklichkeit haben wir einfach die App Songify ausprobiert. Und das kam dabei raus. Und seitdem ist es bei uns Ottern ein Running Gag. Und der macht so Laune. Wir hoffen, ihr habt den jetzt so tagelang im Ohr. Weil das passiert nämlich untermdauernd. Ja, kaum hat man den einmal angesungen. Nur drei Songs, Mann. Nur drei Songs. Aber ja, ich hoffe, ich kriege ein gutes Video daraus geschnitten. Wenn nicht, war es denn. Ja. Ja, wenn euch das Video gefallen hat. Da. Ne? Ja. Daumen geil und so. Ja, wenn wir sowas öfter mal machen sollen. Da unten rein dran. Wäre sehr cool. Ja. Also wir hatten jede Menge Spaß dran. Und das ist ein Ohrwurm garantiert. Ich hoffe, ihr werdet jetzt genauso gequält wie wir. Ja. Ja. Abo wäre auch nicht schlecht. Ja. Guckt euch die letzten Videos an. Ja. Sehr toll. Sehr sehr toll. Damit ihr auch nichts mehr verpasst. So. Und. So, okay. Bunkst nicht in den Otter. Nehmen wir mal. Passt. Das ist ein Ohr. Das ist ein Ohr.